Äh, hast du bei deinem Job auch das Große losgezogen? Das Motivationslos? Wenn dir selbst ein so flacher Witz keinen neuen Schwung gibt, dann muss ich härtere Motivationsgeschütze auffahren. Und die kommen jetzt. Willkommen bei Der Job Coach. Deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedig. Schön, dass du dabei bist. Mal Hand aufs Herz. Du hast doch bestimmt auch schon Tage gehabt, an denen du nicht sonderlich Lust auf deinen Job hattest. Du warst demotiviert. Aus meiner Erfahrung gibt es fünf Gründe, die meistens dafür verantwortlich sind, dass du keinen Bock auf deinen Job hast. Um die soll es jetzt gehen und was du dagegen tun kannst. Grund Nummer eins. Dir fehlt es an Ausgleich. Du hast das Gefühl, dass dein Tag nur noch aus Arbeit besteht. Du quälst dich morgens aus dem Bett, fährst zur Arbeit, machst deinen Job, fährst nach Hause, isst vielleicht noch was, legst dich aufs Sofa, schläfst ein, stehst am Morgen wieder auf und so weiter und so weiter. Du bist in einer Tretmühle. Dir fehlt es also an Abwechslung, an Ausgleich, sodass du ein Gegengewicht zur Arbeit kriegst. Deswegen mein Tipp. Such dir eine Tätigkeit, die dich entspannt. Joggen oder spazieren gehen oder mit Freunden ins Kino gehen, bowlen gehen, tanzen gehen, einen Spieleabend machen, was auch immer dir Spaß macht. Und damit du im Alltagsstress das wirklich durchziehst, also dir wirklich den Ausgleich schaffst, mach dir Termine mit dir selbst, also wenn du joggen gehst oder Termine mit Freunden. Mach es verbindlich. Glaube nicht, na, ich mache das morgen. Ne, trag es dir jetzt ein. Was willst du für dich selbst tun als Ausgleich? Und ich verspreche dir, wenn du dir selber in deiner Freizeit öfter was Gutes tust, als es wirklich Freizeit ist und nicht nur Vorbereitungszeit auf den nächsten Arbeitstag, dann wird es dir bald besser gehen. Du wirst wieder mehr Schwung bei der Arbeit haben. Grund Nummer zwei für mangelte Motivation. Du gönnst dir zu wenig Pausen. Das ist so ähnlich wie dein Feierabend, den du nicht wirklich zur Entspannung nutzen kannst, weil du nur noch lethargisch auf dem Sofa liegst. Beim Arbeiten selbst gilt das Gleiche. Plane die Pausen ein, um dich zu erholen. Und in diesen Pausen geh möglichst weg von deinem Schreibtisch, von deinem Arbeitsplatz, dass du wirklich räumlich und gedanklich Abstand kriegst. Geh einen Kaffee trinken in der Kaffeeküche und da rede in der Pause bitte nicht über die Arbeit. Rede über irgendwas, aber nicht über deinen Job, so dass du wirklich abschalten kannst. Daddel ein Spiel auf deinem Handy, wenn dich das entspannt. Und wenn ihr einen Bürohund habt, dann geh mit dem eine Runde um den Block oder renn alleine wie ein Irrer oder nicht Irrer eine Runde um den Block. Also gönn dir auch bei der Arbeit Pausen. Das gibt dir neue Kraft und damit auch neue Motivation. Grund drei, warum deine Lust bei der Arbeit in den Minusbereich sinkt, kann sein, dass du über- oder unterfordert bist. Wenn du ständig brennst und ackerst und machst und tust und trotzdem kriegst du nicht alles geschafft oder nicht so geschafft, wie du es gerne hättest, dann bist du überfordert und dann stimmt deine Energiebilanz nicht. Dann verbrennst du mehr Energie, als du durch den Job kriegst. Und das ist auf Dauer nicht gut und ein ganz klarer Grund, warum dir die Kraft, die Motivation fehlt. Genauso kann es aber sein, dass deine Arbeit dich unterfordert. Man spricht ja auch vom bore out, also vom übergelangweilt sein. Auch das sorgt für Erschöpfung. Das tun viele als Witz ab, aber es ist so. Wenn du unterfordert bist, wenn du immer das Gleiche machst, es langweilig ist, dann baust du ab und das frustriert auf Dauer. Also nimm das bitte ernst. Auch wenn Kollegen sagen, naja, so wie du arbeitest, würde ich gerne Urlaub machen, du hast ja nichts zu tun. Lass dir nicht einreden, dass das nicht schlimm ist. Es ist anstrengend, zu wenig zu tun zu haben. Egal, ob du zu viel oder zu wenig zu tun hast. Sprich mit deinem Chef darüber. Geh ganz offen damit um, dass du über- oder unterfordert bist und entwickel mit ihm zusammen einen Plan oder mit ihr zusammen, wenn es eine Chefin ist, wie du ein solches Arbeitspensum kriegst, das genau richtig für dich ist. Das genug Anspruch hat, aber dich nicht überfordert und nicht total langweilig ist. Und auch das wird dir neuen Schwung geben. Grund Nummer vier für mangelnde Motivation beim Job ist das Arbeitsklima. Freust du dich auf die Kollegen, wenn du morgens zur Arbeit gehst? Auf jeden Einzelnen, wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann kann das der Grund sein, warum du frustriert deinen Job machst. Denn nicht nur das, was wir tun, sondern auch in welchem Umfeld wir das tun, hat Einfluss darauf, wie es uns geht. Sei auch da ehrlich zu dir selbst. Wenn du dein Team, deine Kollegen blöd findest oder vielleicht nur einen einzigen und du dem immer aus dem Weg gehst, wenn du ihn siehst oder mit Magengrummeln im Meeting sitzt, wo dieser eine Kollege oder die eine Kollegin dabei ist, dann ist das kein Zustand, der dir auf Dauer gut tut. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir Menschen wollen von Natur aus, dass wir uns wohlfühlen in der Gruppe. Auch wenn dein Verstand dir einredet, ich bin nicht auf der Arbeit, um Freunde zu machen, ich bin da, um Geld zu verdienen. Verdräng bitte nicht, dass wir Menschen gerne in guter Gesellschaft sind. Da kannst du zu beitragen. Also entweder, wenn dich was an Kollegen nervt, du einen Konflikt hast, der vielleicht noch ganz unterschwellig ist, dann mach dir das bewusst, überleg dir, was genau stört dich und sprich es an. Denn nur wenn du einen Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit ansprichst, gibt es eine reelle Chance, dass sich was ändert. Das ist keine Garantie, aber du erhöhst die Chancen, dass sich was ändert, wenn du drüber sprichst. Vielleicht hast du ja auch einen Kollegen, dem du sehr vertraust und mit dem zusammen kannst du ja besprechen, wie könnt ihr gewisse Themen adressieren, die vielleicht nicht nur dich, sondern auch andere stören. Oder wenn du Stress mit deinem Chef hast und das demotiviert dich, auch da reflektiere, was genau stört dich, warum stört es dich und was würdest du gerne ändern und sprich auch das, sobald es geht, bei deinem Chef an. Je länger du das verdrängst, desto mehr gärt es in dir und desto weiter geht dein Frust in die Minusgrade. Und wenn es gar nicht anders funktioniert, dann überleg dir, also wenn sich nichts ändert am Team, am Chef, dann überleg dir, ob das auf Dauer der richtige Job für dich ist, ob das das richtige Umfeld ist oder ob du vielleicht die Abteilung, das Team wechseln solltest oder vielleicht sogar das ganze Unternehmen. Und Grund Nummer 5, warum du vielleicht demotiviert bist, ist, dass dir der Sinn bei deinem Job fehlt, bei deiner Arbeit. Dass du dich vielleicht wie ein Hamster im Hamsterrad fühlst, aber glaubst, es führt ja nirgendwo hin. Dir fehlt das große Bild. Dir fehlt die Vision. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, in vielen Unternehmen, in denen ich als Coach und Trainer und Speaker unterwegs bin, wird unter Visionen eine Zahl verstanden. Also unsere Vision ist, in dem und dem Geschäftsfeld die Umsätze um 20% zu steigern. Das ist keine Vision. Das gibt dir keine Motivation. Denn in dem Wort Motivation steckt das Wort Motiv und das ist ein Bild. Und eine Zahl ist kein Bild. Und das Wort Vision hat auch was mit Sehen zu tun. Eine starke Vision, die dich motiviert, ist ein Bild, was so kraftvoll ist, dass es wie ein Leuchtturm ist, die den Weg zeigt und du eine Idee hast, wo es hingehen soll. Eine starke Vision der Klassiker ist von Microsoft. Da war die Vision, dass in jedem Haushalt ein Microsoft-Computer auf dem Tisch steht. Das ist ein ganz starkes Bild. Das kann ich mir vorstellen. Das hat nichts mit Umsatzzahlen, also nicht direkt, sondern indirekt zu tun. Es ist erstmal das ganz klare Bild. Ikea hat die Vision, dass jeder sich schöne Möbel leisten kann und sich ein schönes Zuhause einrichten kann. Das ist die Vision von Ikea. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der super reiche Porsche-Fahrer sich ein Ikea-Regal aufbaut. Genauso wie der Student, der nicht viel Geld hat und gerade seine erste Wohnung einrichtet. Da habe ich Bilder. Und wenn diese Vision für mich attraktiv ist, dann weiß ich auch, warum ich meinen Job mache. Und überleg mal, ob du so eine starke Vision von deinen Vorgesetzten bekommen hast. Ich behaupte, wenn du frustriert bist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es eine Vision gibt, die du kennst und die du attraktiv findest. Deswegen frag doch bitte mal bei deinen Vorgesetzten nach, was ist eigentlich die Unternehmensvision? Und wenn sie dich mit Zahlen abspeisen wollen, dann sag, nee, mir geht es nicht um die Strategie, weil Zahlen haben was mit der Strategie zu tun, wie man eine Vision erreicht, sondern mir geht es um das große Bild. Also wo steuern wir alle hin? Und du wirst sehen, wenn du das Bild kennst, wirst du entweder begeistert sein und Schwung haben, weil du sagst, dafür arbeite ich oder wirst feststellen, ach so, ja, da will ich ja gar nicht hin. Und dann ist die Frage auch wieder, ob du in diesem Unternehmen richtig bist oder ob du einen Weg findest, die Vision für dich so zu übersetzen, dass du doch Spaß dran hast. Und das Wichtigste, egal aus welchem Grund du demotiviert bist, das Allerwichtigste für mich ist, mach dir bewusst, das Leben ist zu kurz, um auch nur einen Tag frustriert zur Arbeit zu gehen. Du musst nichts ertragen. Rede dir nicht selber ein oder schön ist halt so, es gibt halt mal schlechte Tage oder schlechte Wochen oder schlechte Monate, da muss ich halt durch. Nee. Mach dir bewusst, du hast einen Einfluss drauf. Du kannst dazu beitragen, ob du Spaß bei der Arbeit hast oder nicht. Und der erste Schritt ist, analysiere, was dich frustriert, was dich demotiviert. Und im zweiten Schritt überlege dir, was kannst du daran ändern. Und alleine das Bewusstsein, dass du was ändern kannst, wird dir schon bessere Laune machen. Das war der Jobcoach. Wenn du Kollegen hast, die auch demotiviert sind, dann empfiehl gerne meinen Podcast weiter. Und damit du immer automatisch einen Motivationsschub kriegst von mir, abonniere mich einfach. Klick einfach jetzt auf den Abonnieren-Button. Und wenn du mich mal 3D und in Farbe sehen möchtest, dann komm zu meiner Tourshow über Leben unter Kollegen live. Den Link zu den Tourterminen und näheren Infos findest du hier in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis bald.